Ja, bitteschön, der Herr. Kommen Sie ruhig zu uns. Ja, da werde ich ja verrückt, Roberto. Schönen guten Tag. Guten Tag, Horst. Wen habe ich denn vor mir? Bernd. Bernd freut mich außerordentlich. Bernd, jetzt erklär mir mal, wie kommt man an Kosmonautennahrung? Ja, meine Frau und ich, wir haben uns 1998 entschlossen, eine Fliegerstätte zu errichten erst mal. Und ein Fliegerkollege, der hat mir sehr intensiv dabei geholfen. Und das war ein Weggefährte von Sigmund Jehn. Und der hat praktisch die Verbindung zwischen mir und dem Sigmund Jehn hergestellt. Aufgrund dessen steht ja da, herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung. Wir haben im Oktober 1998 geöffnet. Und dieser Brief da, das ist die erste Eintragung in unserem Gästebuch. Sie ist auch von dem Jehn? Ja. Ja, das ist ja unfassbar. Bernd, wie groß war die Versuchung, das mal aufzumachen und selbst zu essen? Nee, die war nicht groß, weil wenn du guckst, das Verfallsdatum war ja damals schon überschritten. Ach. Und laut Aussagen von Sigmund Jehn sind die Sachen so ja schon mit um die Erde geflogen. Lecker. Und das andere ist Brot, die beiden kleinen Sachen da. Wann ist Brot? Warte, das zeige ich dir. Das ist doch mal schwieriger. Wir haben hier vier Nahrungsmittel. Und zwar haben wir einmal Plätzchen. Ja, gut, die sehen auch so aus. Die Plätzchen sehen immer noch aus wie Plätzchen. Die sind 1976 hergestellt worden. Also die hätten wir als Kind schon probieren können, aber jetzt wollen wir sie nicht mehr. Das sind die Plätzchen. Dann haben wir hier eine Suppe. Sojanka. Lecker. Also eine typische russische Suppe. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch sehr lecker schmecken will, aber essbar wäre sie wahrscheinlich immer noch. Ja, gehe ich auch von aus. Und dann haben wir hier diesen Schweinebraten mit Paprika. Mit Knödel und Rotkohl. Ja, Knödel weniger. Ich gehe kaputt. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Roggenbrot. Ja, und das ist von 1983. Und deshalb komme ich so ein bisschen in Konflikt mit dieser These, dass Sie gerade sagen, das ist geflogen. Das bezweifle ich ein wenig, weil 83 kann ja schon mal nicht sein. Denn der Flug war ja 1978. Am 26. April 1978 war der Flug. Und in diesem Falle können wir davon ausgehen, dass das nicht dabei war. Und von daher muss man so einfach davon ausgehen, dass auch diese drei Stücke einfach nur noch übrig waren. Wir haben also keinen belegt, also keinen Stempel, keine Inventarliste dafür. Macht aber, glaube ich, auch nichts am Wert. Doch, riesig. Echt? Geflogenes Material. Wenn es wirklich im Weltall gewesen ist, dann wäre das ein ganz anderer Preis. Ja, aber das Zeug kann doch auch keiner kaufen normalerweise. Ja, ich habe schon mal eine Tüte Orangensaft gesehen von einem Astronauten. Ja, und da sprach man dann so von 4.000 bis 5.000 Euro. Nee. Ja. Dafür kriegst du ja jede Menge orangenen Bäume, kannst du selber pressen, du. Richtig. So, aber das hier ist natürlich was ganz Besonderes. Ja, hier haben wir ein sehr schönes Konvalut. Wir haben also nicht nur die Nahrung, sondern wir haben auch noch mal ein Poster. Bei diesem Poster sieht man auch noch mal, dass ein weiterer Beleg dieses historischen Ereignisses, nämlich Sigmund Jähn ist hier abgebildet mit seinen drei Kosmonautenkollegen, nämlich auch mit dem Bikowski. Mit dem ist er gemeinsam losgeflogen. Und jetzt muss man auch hier diesen Code fast aufschlüsseln. Was ist das überhaupt? Hier oben haben wir einmal die Soyuz 31. Das ist die Raumkapsel, mit der er in den Weltall hochgeflogen ist. Ja, dann haben die sich ja im Prinzip angedockt an die Sayut 6. Das ist die Raumstation, die dort tätig war. Die Sitze, die sind ja maßgeschneidert, wurden dann umgepackt auf die Soyuz 29, auf die alte Raumkapsel. Und das war dann die Rückkehrkapsel, mit der sie zurückgeflogen sind. Also die sind mit einer neuen hin, mit einer alten zurück. Genau. So, und was ist jetzt mit dem Brief da? Dieser Brief ist ja ein Gästebucheintrag. Und da ist natürlich das Ganze noch mal sehr persönlich, nämlich von Sigmund Jähn geschrieben. Ich lese es mal kurz vor, was ich jetzt entziffern kann. Lieber Bernd, du hast mit viel Liebe zu deinem Beruf, mit Fleiß und Energie, auch mit Hilfe deiner Freunde und Fliegerkameraden, einen Flieger und Gaststätte geschaffen, die weit und breit ihresgleichen sucht. Und dann noch einige andere nette Dinge dabei. Also mit herzlichen Grüßen, Hals- und Beinbruch, Sigmund Jähn. Das war jetzt abgekürzt. Also auf jeden Fall noch mal was sehr Persönliches. Da kann man aber sehr stolz drauf sein. Ja. So, jetzt erklärst du mir noch einen Begriff. Ja. Astronaut, Kosmonaut. Wo ist da der Unterschied? Die fliegen doch beide weg. Ja, das ist wohl wahr. Es ist auch bei alles das Gleiche. Nur der Begriff ist im Russischen, ist Kosmos. Ach. Deshalb sind es Kosmonauten. Also im westlichen Gefühl ist es ein Astronaut. Genau, richtig. Und bei den Russen ist es ein Kosmonaut. Korrekt. Mein Lieber, was möchtest du denn dafür haben? Also da muss ich ehrlich sagen, ich habe kein Limit nach unten nicht und nach oben nicht. 100 Euro. 100 Euro. Fangen wir damit einfach mal an. Vielleicht gibt es eine schöne Überraschung. Ja, nach oben hoffen. Ja, das sowieso. So, mein Lieber. 100 Euro wären schon in Ordnung. Welcher Betrag schwebt dem Profi vor? Ich kann jetzt nicht ganz nach oben gehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist geflogene Ware, das kostet ein paar Tausend. Nein, hier wäre ich so bei 800 bis 1000 Euro für das Gesamtkommodent. Ui. Ui. Donnerwetter. Donnerwetter, ne? Ja, dann würde ich sagen, toi, toi, toi. Das klappt schon bei den Händlern. Da geht es rüber, mein Lieber Bernd. Danke. Tschüsschen. Tschüss. Schlagen die Händler bei Plätzchen, Suppe, Schweinebraten und Roggenbrot zu? Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Da hast du uns aber was Schönes mitgebracht. Ich habe jetzt schon Hunger. Leider ist das Verfallsdatum stabilisiert. Ja, das haben wir gesehen. Verdammt. Ich glaube, wir haben gerade schon einiges zusammen rausbekommen, aber können Sie uns das nochmal vielleicht nochmal kompakt zusammenfassen, was wir da vor uns haben? Ja, also es ist Kosmonautennahrung. Und die wurde Ihnen geschenkt? Die wurde mir von Sigmund Jén geschenkt, ja. Zur Eröffnung Ihrer Gastronomie? Richtig. Sigmund Jén war auch Gast bei uns. Und diese, wie ist denn den Brief? Habt ihr den? Nein, den ist auch da. Das ist der erste Eintrache in unserem Gästebuch. Schön. Ja, fang ich mal mit 8 Euro an. Ich will die Kekse haben. Hat mir fast gedacht. Mach ich mit 100 Euro weiter? Also wenn das Originalunterschriften sind und du kennst ihn, finde ich das nicht schlecht. Mach 150. 200 Euro von mir. Sind wir da schon in deiner Nähe? Ja, jetzt ein Stück weg. Okay, dann mach ich 300. 320 und du darfst einen Keks probieren. Okay. Dann mach ich 400. Ich bin da raus. Ich gönne es dem Waldi, wenn er es bekommt. Kommen wir jetzt mal klar mit 400. Ja. Wunderbar, wunderbar. Ich bin ja Keksliebhaber. Also 50, 100. 50, 200. 50, 300. 50, 400. Vielen Dank, mach es gut, ne? Super. Ich bedanke mich. Schön, dass Sie da waren. Und wünsche einen guten Appetit. Danke. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ja, stark. Bei der Mittagspause will ich das sehen, ne? Den Keks. Die Kekse schiebe ich mir rein. Einen. Das müssen wir aber filmen dann, ne? Obwohl die Experten, also die Expertise nicht erreicht wurde, bin ich aber trotzdem äußerst zufrieden mit dem Ergebnis. Das müssen wir sehen. Das müssen wir sehen.